hallo liebe portmainfreunde heute haben wir für euch von der kinder dojavani einen vintageport mitgebracht mehr dazu erzählt euch fabian genau wie die innen schon gesagt hat einen vintageport und zwar einen ganz besonderen einen single kinder von der kinder maria luisa aus dem jahr 2018 wer das jahr 2018 probieren möchte oder ein geschenk aus diesem jahr braucht der kann diesen portmain bei uns im onlineshop bestellen und wir sagen viel vergnügen damit